Hey meine Lieben, herzlich willkommen. Ein neues Video, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, also mich hat es jetzt wirklich echt ein paar mal durchgerüttelt, aber es gibt so viel, über das wir sprechen müssen, denn der März bietet uns so viele tolle Möglichkeiten und natürlich auch für jedes Sternzeichen wieder etwas ganz Besonderes und wir kommen in das neue astrologische Jahr, das Marsjahr hinein und darüber reden wir jetzt in diesem Video. Ja, der März hat jetzt schon mal recht positiv im Grunde begonnen, nämlich mit einer Venus-Jupiter-Konjunktion und die ist spürbar eben noch da, sodass es jetzt auch wirklich in Sachen Liebe vorangehen wird. Dann haben wir einen Zeichenwechsel, der Saturn geht in den Wassermann, äh, in die Fische, vom Wassermann in die Fische hinein, so rum. Und da ist jetzt natürlich besonders die erste Dekade und die ersten Geburtstage, ähm, des Zeichen Fisches sind hier natürlich jetzt betroffen insoweit, dass sie eine Prüfung bekommen werden. Und zwar wirklich, dass es eine neue Richtung gibt, allerdings kann dieser Aspekt auch unglaublich stabilisierend wirken. Und ich muss sagen, ich habe den sehr positiv wahrgenommen, als er über meine Sonne gegangen ist und habe mich zu diesem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Und das war also auf jeden Fall mal kein falscher Schritt. Also alles, was man jetzt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit macht, das wird in jedem Falle vorangetrieben und vorangestellt. Und das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger, signifikanter Hinweis. Stabilisierend wirkte es sich allerdings auch auf die erste Dekade Skorpion und Krebs aus. Also da macht der Saturn ein schönes Trigon hin und wirkt wirklich positiv. Das heißt, alles, was jetzt so in letzter Zeit wackelig gewesen ist, ja, das stabilisiert sich jetzt. Und auch hier kommt etwas mehr Ruhe rein für diese erste Dekade. Dann haben wir ab dem 11.3. nämlich sehr schöne Aspekte Venus und auch sehr schöne Merkur-Aspekte. Zündende Ideen kommen, spirituelle Ideen kommen und in der Liebe gibt es wieder einen Satz nach vorne. Also auch wenn es vielleicht Rückschläge gegeben hat, Leute, lasst euch davon bitte nicht irritieren. Diese Rückschläge, die lösen sich definitiv jetzt im März ganz auf. Und dann haben wir eben ab dem 21.3. eine wunderschöne Energie, nämlich das Marsia, das auf uns zukommen wird. Ja, und hier muss ich also wirklich sagen, dass hier einiges passieren wird, ja. 2023 wird hier doch, ich bin fast der Meinung, die Energie jetzt nochmal richtig, richtig, richtig positiv laufen, ja. Und sich für viele Zeichen ganz positiv entwickeln. Also das ist wirklich eine Sache, denn ohne den Mars kommen wir gar nicht aus dem Bett. Also das ist schon mal das Allerallererste, ja, was wir hier einfach haben. Das heißt, eine geballte Energie kommt auf uns zu, eine Willenskraft, die wir vielleicht vermisst haben, ein neuer Antrieb, der kommt. Aber natürlich auch die Erotik nimmt ein ganz, ganz, ganz großes, ja, Momentum ein in diesem Jahr. Also wirklich, man entdeckt auch wieder verborgene Leidenschaften. Und wenn die Erotik so ein bisschen brach gelegen ist bei euch, wenn ihr eine bestehende Partnerschaft habt, dann aktiviert die sich jetzt wieder. Und ich würde gerne mal alle Sternzeichen durchgehen, denn da haben wir doch einiges dabei. Fangen wir an bei den Wiedergeborenen. Da ist ja der Mars der Herrscher über dieses Zeichen, ja. Und hier kommt 2023 mit diesem Marsjahr ab dem Frühlingswendepunkt eine richtige Powerphase. Also jetzt ist der Moment gekommen, wo die Witter zu den Sternen greifen können, ja. Und sich verwirklichen können, ja. Also da kommt sehr viel Selbstbewusstsein rein und Antrieb. Und ich glaube, das ist perfekt für die Witter. Bei den Stiergeborenen wird dieses Mars ja geprägt sein von Veränderungen. Also Zeichen der Veränderungen. Grenzen zu testen, Neues zu wagen. Das ist eine Energie, mit der sich Stiere generell ja etwas schwer tun. Und hier geht es jetzt aber ganz klar voran. Das heißt, ein Jobwechsel, ein längerer Auslandsaufenthalt, Verhaltensmuster in der Liebe zu verändern, ja. Und die Stiere können jetzt über sich hinaus wachsen, ihre Komfortzone verlassen, out of the box sein und neu, mutig und mit einem ganz offenen Mindset durch die Welt zu gehen. Und das finde ich sehr positiv. Bei den Zwillingen ist das Mars ja ein unbeschwerteres Jahr. Denn die haben nicht so richtig Lust, sich festzulegen. Also trotz, dass da so ein Energierückenwind kommt, ja, ist es so, dass die Zwillinge tendenziell erstmal ihre Freiheit genießen wollen, ja. Und diese lockere Energie, die zeigt sich auch in Partnerschaft und Liebe, ja. Also auch da wollen die sich nicht wirklich festlegen. Die sollten generell etwas achtsamer sein, die Zwillinge, denn der Mars triggert die ganz schön. Und die Zwillinge sind sehr, sehr, sehr rasch und schnell im Handeln und können hier übers Ziel hinausschießen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, ja. Also hier ist es wichtig, eher in eine Salami-Taktik zu gehen, sagen sie Scheibchen für Scheibchen für Scheibchen. Kleine Schritte, realistische Pläne, aber nicht mit zu viel Übermut voranzugehen. Die Krebse fühlen endlich ihr inneres Feuer, ihre innere Leidenschaft, ja. Und nur wer selber brennt, kann andere entzünden. Und das ist, glaube ich, so das Motto, was die Krebse 2023 respektive in diesem Marsjahr haben werden, ja. Sondern die gehen schon wirklich motiviert aus dem Bett. Also auf die Energie freue ich mich ehrlich gesagt auch, nachdem ich jetzt ein bisschen eine längere Krankheitsstory dieses Jahr schon hatte. Reicht es jetzt mal so? Ich möchte jetzt auch wieder hier Kraft und Fokus haben. Deswegen gab es jetzt auch länger kein Video. Das tut mir auch leid, also ich vernachlässige euch nicht. Bin natürlich für euch da, auch für persönliche Beratungen könnt ihr buchen. Ich freue mich auf euch. So, also neue Erfolge bei den Krebsen. Dann kommt hier auch eine sehr gute Balance in die Liebe rein, ja. Ja, also hier kommt es zu dieser Balance mit diesem starken, impulsiven Energien vom Mars und aber auch des Feinfüllge des Krebses zusammen in eine Harmonie, also in einen positiv spannungsreichen Kontrast, ja. Allerdings auch hier ein bisschen aufpassen, kann ein bisschen angriffslustig machen, dieser Mars. So, für die Löwen, da kommen ganz tolle Chancen, sich beruflich weiterzuentwickeln. Also hier, egal was du dir vornimmst, wenn du Löwe bist, dann wirst du jetzt die richtige Strategie finden, die richtigen Kontakte bekommen und auch die richtigen Worte finden. Und das ist wirklich etwas, wo dich sehr eindrucksvoll dastehen lässt und vor allen Dingen Konkurrenz verblassen lässt. Die Sterne sagen aber auch, teile die Kräfte gut ein, ja, denn auch hier ist so das Thema Übermut, zu viel auf einmal zu wollen, durchaus da, ja. Also in Etappen gesehen, wenn du es in Etappen einteilst, wird es besser das Jahr und auch entspannter für dich. Die Jungfrauen, das sind die absoluten Macher dieses Jahr, die da wirklich Power, Power, Power kommt hier rein und das ist genau das, was die Jungfrauen brauchen. Die lieben es, ihre Ziele zu erreichen und werden die ratzfatz erreichen. Die packen jetzt richtig an, die schöpfen auch mit einer neuen Motivation, auch im Liebesleben, ja. Also Dating kann ganz neu aktiviert werden, das sind ganz viele Flirty Vibes um die Jungfrauen herum, ja. Hier können ganz heiße Abenteuer anstehen und spannende neue Erfahrungen entstehen. Bei den Wagen ist es so, dass der Maß natürlich hier sehr auf Wellbeing aus ist. Work-Life-Balance ist auch ein ganz großes Thema bei den Wagen in diesem Maß, ja. Vielleicht warst du als Waage jetzt gerade sehr schlapp, müde, unmotiviert, ja. Jetzt kommt wieder hier sozusagen die Fitness zurück, die Vitalkraft, dass du dich rundum wohlfühlst, aber auch so Fitness, Social Life, Karriere, Liebesleben. Alles läuft so doch recht positiv zusammen bei den Wagen. Es ist aber wirklich ein achtsames Jahr auf den Fokus Vitalität, Vitalkraft, Wellbeing, Gesundheit. Und das solltet ihr euch ganz groß auch irgendwo auf die Fahne schreiben. Die Skorpione, da war der alte Herrscher ja der Mars, ja, der neue ist der Pluto, die entwickeln innere Stärke, Kraft und Mut, endlich sich selber zu sein. Das bedeutet, die Skorpionen haben immer sehr viel versteckt, auch hinter einer Fassade. Und jetzt kommt ein Prozess, der ganz viel Akzeptanz, Selbstakzeptanz einläutet. Und es ist ein unglaublich wertvoller Prozess, um hier eine ganz authentische Version deiner selbst zu werden und hier neue Höhen zu erreichen. Sowohl in deinen Erfolgen, in deinen Zielen, als auch in der Liebe und vor allen Dingen diese Transformation für dich selbst. Die Schützen, ja, da haben wir eine ganz selbstbewusste und charmante Aura. Die Schützen nehmen diese Marsenergie sehr gut mit, die kommen richtig in den Fluss, genießen sehr viel Aufmerksamkeit, ja, und auch mit vielen, vielen Chancen. Und es kommt auch hier eine tiefere Sinnfrage rein bei den Schützen, nämlich, was willst du wirklich? Das ist die Schlüsselfrage, also wo liegt und ist die wahre Bestimmung für dich, wenn du Schütze bist? Wo möchtest du hin? Was sind die Ziele, die du verwirklichen möchtest? Was sind vielleicht auch die höheren Ziele? Und da kannst du jetzt auch deine Träume erreichen. Bei den Steinböcken, das ist ja so das ehrgeizigste Sternzeichen überhaupt, ja, da steht sonst immer der Beruf an erster Stelle oder die finanzielle Sicherheit auch. Jetzt ist es so, dass sich das ganz verlagern wird und das Liebesleben auf einmal zum Mittelpunkt wird. Also wenn du Single und Steinbock bist, hupsala, wird es ein Mega-Jahr werden, ja. Also da kommen unglaublich viele Chancen, Komplimente, ja. Aber liierte Steinböcke können sich über ein wirklich tolles, leidenschaftliches Liebesleben freuen, ja, und sind hier richtig motiviert. Und bei den Wassermännern wirbelt dieses Power ja auch das Liebesleben durch, ja. Im Positiven wie im Negativen, muss man allerdings sagen, ne. Zum einen super leidenschaftlich, das heißt, so dieses Blitzverliebtsein, ganz schnell Hals über Kopf irgendwie verliebt zu sein und dann sagen, oh Mensch, das ist der beste Sex ever, den ich jemals hatte, ja. Und hier kann, aber hier ist so eine Grenze da, dass das von extremer Leidenschaft hin zu einer Aggression schwenken kann. und es hitzige Streits und Dramen geben kann. Also versuch, dich hier zu kontrollieren, nicht so impulsiv zu reagieren. Das ist das ganz große Verhängnis. Und die Fischlein sind extrem ehrgeizig auch, haben ideale Voraussetzungen, um durchzustarten, ja. Es kann aber auch ein bisschen zum Fluch werden, sich vom Mars einnehmen zu lassen, ja. Denn diese stürmische Marsenergie verträgt dieses zarte Sternzeichen nur in homöopathischen Dosen, möchte ich jetzt mal sagen, ne. Also hier kann sich nämlich Ehrgeiz und Motivation in eine Verbissenheit umwandeln. Und das wäre dann eher negativ, weil dann kommt ein ganz starker Druck, den du dir selber aufbaust dazu. Und das ist für die Fische sehr, sehr, sehr schwer aushaltbar. Und deshalb, in diesem Falle, versuche dir diesen Druck zu nehmen, ja. Versuche auch hier eher in Etappen voranzugehen, denn das wäre in diesem Falle wirklich wichtig. Wir haben im März aber auch noch einige wichtige Tage, über die ich noch kurz sprechen möchte mit euch. Und zwar haben wir nämlich vier Portaltage, einmal auch wieder eine Portaltagsbrücke. Wir haben das Tor zum Glück und Geld am 13.03. Das ist ein finanzielles Portaltor, was aufgeht, ja. Also das ist so ein bisschen wie bei Frau Holle, Goldmarie durch das Tor geht, ja. Und dann haben wir am 17.03. das Portaltor Seelenliebe. Und da geht es wirklich um den Seelenpartner. Und in der Portaltagsbrücke ist es so, es ist auch eben, die ist am 24. und 25. März, die Entfaltung deiner Fähigkeiten, da sind wir ja schon im Marsjahr drin, also das ist so der Antrieb. Und gleichzeitig dann am nächsten Tag das Liebes hoch zu machen. Dann haben wir St. Patrick's Day, das ist eine Zeremonie mit 90 Tagen Glück, ja. St. Joseph, da freue ich mich immer sehr drauf, denn St. Joseph ist immer sehr gut für alle Vertragsangelegenheiten, die wir vorhaben, für alle Unterschriften und ein Schutz fürs Zuhause. Ihr habt ja auch noch die Hausreinigung mit 100 Euro oder mit 99 Euro im Angebot bis Ende März bei mir, also da am besten über WhatsApp schreiben. Und wir haben am 27.03. Feinde leben, bremse deine Feinde und Konkurrenten aus. Also das ist auch nochmal eine wichtige Zeremonie. Ihr habt aber alle Zeremonien unten in der Beschreibung drin. Einfach auf aktuelle Zeremonien klicken und dann kommt ihr auf die Website. Wir haben am 7.03. Vollmond und am 21.03. haben wir Neumond. Zum Vollmond gibt es natürlich nochmal ein separates Video. Jetzt erstmal den Überblick, wenn auch ein bisschen später, aber seht mir es nach. Der neue Hund hat sehr viel Zeit eingenommen. Die Kleine brauchte ein bisschen Zeit, sich hier einzugewöhnen, aber mir ging es so schlecht, dass meine Mom die Hunde abgeholt hat, weil ich konnte mich kaum, also ich habe so Magendarm gehabt, so schlimm wie nie. Das war wirklich heftig. Es ist auch jetzt immer noch nicht so richtig in der Kraft drin. Ich bin gerade froh, dass jetzt am Monatsanfang in den ersten Tagen keine Zeremonie war. Ansonsten hätte die meine Mutter natürlich übernommen. Und ja, jetzt geht es aber wieder gut bergauf. Meine Booster helfen mir. Ich denke, wir sehen uns auch in einem Live am Sonntag. Also in diesem Sinne, seid umarmt. Mucho, mucho amor und bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Ciao.